Vor einiger Zeit habe ich mal in eines meiner Videos über eine grausame Tat gesprochen. Eine Tat, die im Jahr 1999 in Hongkong bei einer damals 23-jährigen Asiatin mit dem Namen Phan Manier verübt wurde. Wo hier die junge Frau damals von ein paar asiatischen Männern auf grausame Weise gequält, gefoltert und ihre Leiche später aufs Übelste misshandelt wurde. Diese Tat, die später als Hello Kitty Mord bekannt wurde, machte dann auch im Laufe der Zeit auf der gesamten Welt Schlagzeilen. Jedoch zählt der sogenannte Hello Kitty Mord nicht zum einzigen grausamen Mordfall im asiatischen Raum. Denn in den Jahren 1988 und 1989, also 10 Jahre vor dem Hello Kitty Mord, wurde mal einst in Japan an einem 16-jährigen jungen Mädchen grauenhafte Taten verübt. Die das junge Mädchen, laut Quellen zufolge, bis zu 44 Tage lang ertragen musste. Ich spreche hier vom Mordfall an der jungen japanischen Schülerin Junko Furuta. Der gesamte Fall ist auch als 44 Tage in der Hölle bekannt. Das Opfer Junko Furuta galt zu Lebzeiten als ein normales Schulmädchen aus Saitama, einer Millionenstadt in Japan. Als das junge Mädchen am 25. November 1988 mit ihrem Fahrrad von ihrem Teilzeitjob nach Hause fuhr, wurde sie dann von einer Gruppe aus vier Jungs angesprochen, die sie dazu überzeugen wollten, mit ihnen zu einem der Jungs nach Hause zu gehen. Nichts ahnend stellte sich dies später als ein schrecklicher Fehler für das junge Mädchen heraus, was somit der Anfang einer 44-jährigen Hölle für Junko Furuta wurde. In diesen Tagen wurde das Mädchen im Elternhaus des Anführers der Jungs, ein damals 17-jähriger Teenager mit dem Namen Yo Kamisaku, bis zu ihrem bitteren Ende festgehalten. In diesen 44 Tagen wurde das Mädchen Junko von den Jungs vergewaltigt, gefoltert und gedemütigt. Mit Kakerlaken und Urin hat man sie ernährt. Außerdem wurde sie jeden Tag von den Jungs bzw. von ihren Peinigern geschlagen. Aber nicht nur das. Sie zündeten sogar Böller in ihren Ohren, in ihren Geschlechtsteilen und in ihrem Mund. Sie warfen schwere Gegenstände auf sie, wie zum Beispiel Handeln. Noch glimmende Zigaretten wurden auf Junkos bloßem Körper ausgedrückt. Und sogar mehrere Knochen wurden ihr in dieser Zeit gebrochen. Am meisten soll das junge Mädchen von dem Anführer Yo Kamisaku misshandelt und gedemütigt worden sein. In manchen Kreisen wird behauptet, dass Kamisaku die Folter über das Mädchen als später Rache durchgeführt habe. Da Junko mal einst eine Einladung zu einer Geburtstagsparty von Kamisaku abgelehnt hatte. Und er sich dadurch selbst in seiner Ehre gedemütigt fühlte. Dennoch blieb es aber nicht nur bei körperlicher Folter. Denn auch psychisch wurde das 16-jährige Mädchen von den Jungs misshandelt. Zum Beispiel wurde sie dazu gezwungen, ihre Eltern anzurufen, um ihnen zu sagen, dass sie weggelaufen ist und nun mit einem Freund zusammen sei. Unter anderem haben sie sie dazu gezwungen, zu masturbieren, für sie zu strippen und sich als Jos Freundin auszugeben. Hinzu wurden ihr mehrere Gegenstände in ihre Genitalien gesteckt. Darunter auch eine immer noch brennende Glühbirne. Im Grunde kann man sich gar nicht vorstellen, welch grausamen Foltermethoden das arme Mädchen damals ausgesetzt war. Es wird sogar auch gesagt, dass Junkus Peiniger sie so oft geschlagen haben sollen, dass sie durch die Nase gar nicht mehr atmen konnte. Und dass ihr das Atmen durch den Mund sehr schwer verlief, da ihr Mund oft mit Blut von ihren inneren verletzten Organen gefüllt war. Nach ungefähr 20 Tagen konnte das junge Mädchen nicht mehr laufen, sondern nur noch kriechen, da sie durch ihre lange Folter körperlich einfach zu sehr verletzt war. Als der Winter einbrach, wurde sie sogar von ihren Peinigern dazu gezwungen, draußen auf dem kalten Balkon zu schlafen. Auch wenn das arme Mädchen kräftemäßig nicht mehr laufen konnte und halb erfroren war, schaffte sie es doch einmal, zum Telefon zu gelangen und einen Anruf zu tätigen. Dabei wurde sie allerdings von einem der Jungs erwischt. Als Strafe dafür haben die Jungs das Mädchen mindestens zweimal mit Brandbeschleuniger übergossen und angezündet. Trotz dieser grausamen Folter überlebte sie. Schon fast täglich soll das Mädchen ihre Peiniger mit Sätzen angesprochen haben, wie »Bitte tötet mich« oder »Bringt es endlich hinter euch«. Wie gesagt, man kann sich kaum vorstellen, welch grausamen Schmerzen und Emotionen die 16-jährige Junko Furuta damals ausgesetzt war. Am 44. und somit auch letzten Tag wurde das Mädchen von den Jungs ein letztes Mal angezündet. Diesmal überlebte das Mädchen die Folter nicht und starb. Keine 24 Stunden später versteckten der Anführer Yo Kamisaku mit den drei anderen Jungs die Leiche des jungen Mädchens in einem Rollreifenfass, welches sie mit Zement füllten und später dann auf einem Gelände einer Baustelle versteckten. Laut Quellen zufolge konnte nur durch einen reinen Zufall bzw. durch ein unvorsichtiges Geständnis von einem der vier Jungs der Mord an Junko Furuta von der Polizei entdeckt und schließlich aufgeklärt werden. Ihre Leiche wurde später auf dem abgelegenen Gelände im besagten Fass gefunden. Durch DNA-Spuren, die außerhalb und innerhalb von Junkos Leiche gefunden wurden, konnten schließlich Yo Kamisaku und die drei anderen Jungs mit der Tat überführt werden. Natürlich machte der grausame Fund von Junkos Leiche später in den Schlagzeilen weltweit die Runde. Als Junkos Mutter schließlich Wochen später in den Nachrichten davon erfuhr, dass ihre Tochter tot ist und unter welch bestialischen Torturen sie damals ausgesetzt war, fiel sie vor lautem Entsetzen in Ohnmacht. Laut Quellen zufolge wurde dann Junkos Mutter dadurch später zur Alkoholikerin, die daraufhin mehrere Therapien durchführen bzw. bewältigen musste. Alle vier Jungs wurden später am 1. April 1989 in einem Gerichtsverfahren nicht nach dem Erwachsenenstrafrecht verurteilt. Der damals 17-jährige Yo Kamisaku, der Anführer der Jungsgruppe und größte Peiniger von Junko Furuta, wurde im Jahr 1999 des Mordes am jungen Mädchen verurteilt. Jedoch wurde er allerdings im Jahr 2004 aus der Haft wieder entlassen. Gleich darauf soll Yo Kamisaku wieder Kontakt zu Leuten aus dem Gefängnis aufgenommen haben und somit wieder auf die schiefe Bahn geraten sein. Alles in allem verbrachte er also sechs bis sieben Jahre im Gefängnis. Und das für eine schlimme Gewalttat, die eigentlich noch viel mehrere Haftjahre als Strafmaß erfordern sollte. Zum Fall Junko Furuta wird laut polizeilicher Ermittlungen sogar auch angenommen, dass die vier Hauptverdächtigen nicht die einzigen waren, die von der Entführung und Misshandlung des jungen Mädchens wussten. Denn man sagt, dass hunderte Gangmitglieder, die mit zu Yo Kamisakos Gruppe gehören und von ihm zu Hause eingeladen wurden, ebenfalls mit an der Vergewaltigung des jungen Mädchens beteiligt waren. Schätzungsweise soll das Mädchen bis zu 400 Mal vergewaltigt worden sein. Einmal soll sie sogar am Tag von mindestens zwölf verschiedenen Männern vergewaltigt worden sein. Somit wurde also bekannt, dass mehrere Leute an der Vergewaltigung und Folter von Junko Furuta mit dran beteiligt gewesen waren und vor allem etwas darüber wussten. Jedoch konnten diese besagten Leute, zumindest laut Quellen zufolge, nicht identifiziert bzw. bestraft werden. Sogar auch die Eltern des Anführers Yo Kamisaku sollen was von der Entführung und Anwesenheit von Junko Furuta in ihrem Haus gewusst haben, die jedoch, nach deren eigener Aussage, nichts unternommen hatten, da sie selbst große Angst vor ihrem Sohn hatten, da er als gewaltbereit bekannt sei und sogar auch mit verbrecherischen Organisationen aus Japan in Verbindung stehen soll. Der gesamte Fall von der Entführung, Folter und Ermordung des Mädchens Junko Furuta zählt heutzutage zu einem der grausamsten Fälle Japans. Nach ihrem tragischen Tod kamen viele Menschen zusammen, um Junkos Tod zu trauern. Manche Künstler haben sogar in ihren Liedern, Filmen, Büchern und Musikalben das Mädchen hin und wieder mit angegeben, um ihr somit eine Erinnerung zu widmen. Heutzutage gilt die Grabstätte von Junko Furuta als unbekannt. Man weiß nur, dass es heute zu einem großartigen Wallfahrtsort für viele Interessenten und Trauernden geworden wäre. Viele glauben allerdings auch daran, dass ihre Ruhestätte nur im Herzen derer Personen liegen kann, die von ihr wissen und die gedanklich mithilfe von Erinnerungen mit ihr verbunden sind. Und die Gäste ist, dass sie die Gäste nicht in der Welt sind. Untertitelung des ZDF, 2020